So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Oh yeah, das letzte Mal sind wir in Petrofia angekommen. Und jetzt wollen wir uns auf zur Leuchthülle machen, denn dort gibt es wohl etwas, was wir erledigen können. Vielleicht erfahren wir etwas über die sagenumwobene Mega-Entwicklung. Na, hast du mir vielleicht irgendwas dazu sagen? Auf dem Rücken eines Rihorn, ja stimmt. Wir fühlen uns dann wie unsere Mama, wie der gerade gesagt hat, der Rihorn-Jockey oder wie auch immer. Ja, ein sehr, sehr gutes Item. Kann nicht schaden. Ja, in der Tat. Ich weiß in der Tat, was das macht. Jetzt hör auf, mich dabei zuzulabern. Dankeschön. Der Bollenhelm macht halt, wenn wir von physischen Attacken angriffen werden, dann kriegt der Angreifer Schaden. Wer kriegt denn das mal? Grammoklis, du hast gerade kein Item. Und ja, du kriegst wahrscheinlich, also Kampf- und Normalattacken werden es nicht sein, aber es gibt ja auch andere physische Attacken, ne? Ich reite auch sehr gerne auf Rihorn. Ah, genau, da klärst du mir nochmal, wie das funktioniert. Dankeschön. Aber das brauche ich nicht. Das kann ich auch selbstständig tun. Der Rihorn-Pass. Seht euch das an. Route 9. Auch bekannt als Rihorn-Pass, in der Tat. Und da sehen wir schon dieses kleine Zeichen da oben rechts. Sehr putzig irgendwie. Jetzt kommt der Traum für viele, hat sich erfüllt. Wir sehen, wir können hier nicht weiter, aber... Oh mein Gott! Wer kann auf einem Rihorn reiten? Und es ist leider etwas langsam. Aber das macht gar nichts. Rihorn, komm. Wir gehen über diesen Felspfad. Schön. Und ich sag schon mal direkt vorweg, es ist nicht das einzige Pokémon, auf dem wir reiten werden. Es gibt so einige. Boom, genau. Sehr gut. Er trümmert einfach Stein. Er kann wahrscheinlich auch zur Trümmerer. Passt, ja. Und er hat kein... Opa, nein, 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 nein. Rihörnchen, Rihörnchen, Rihorn. Komm, Kleines. Mach mir keine Schande. Ich bin der Sohn eines großen Rihorn... Äh, einer Rihorn-Rennmeisterin. Was mit dem Tempo gerade wahrscheinlich extrem lustig ist dann. So, das Rennen dauert wahrscheinlich ein paar Stunden. Nein, Rihorn können ja auch schneller laufen, aber... Dieses Rihorn hier ist ja etwas gemütlicher und ist ja nicht darauf ausgelegt, dass es Rennen fahren soll, sondern fahren vor allem mit seinen Rädern, ja. Sondern einfach, dass es, ähm, uns sicher ans Ziel bringt und, äh, ja, seine Kundschaft, sag ich mal, ne. Didadidadam, badabam. Ich bin immer noch beeindruckt, doch immer noch kein wildes Pokémon. Hm, als das erste Mal hier war, sind die Dinger mir quasi bei jedem dritten Schritt ans Bein gesprungen. Dim, didadam, dim, 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 dim. Dam, danke für den Paraheiler, das ist wirklich sehr unsichtig von dir, dass du mir das mal in den Hintern schiebst, weil das brauche ich ja wirklich, den Paraheiler. Und den Feuerstein, danke, danke, danke. Obwohl mir auch da kein Pokémon einfallen aus der 6. Gen, ich glaube, es gibt gar keine 6. Gen-Pokémon, die sich mit dem Ding entwickeln. Und falls doch, dann weiß ich es noch nicht, also, ne, und so weiter. Man kann ja noch nicht alle wissen, so lange sind die Spiele ja jetzt auch noch nicht draußen. Ich entdecke ja auch noch, okay, ich dachte schon, ich hab nicht gerade für einen kurzen Moment erschrockt, was es für ein Blitz war. Dam, dam, dadidam, dam. Hallo Hippopotas, was möchtest du denn so tun, außer wahrscheinlich einen Sandsturm verursachen? Ja, war klar. Ich werde dich einfach mit Psystrahl angreifen, in der Hoffnung, dass sich das nicht killt, damit ich da gleich einen Ball werfen kann, um dich einzufangen. Was hältst du davon? Ja, das hat dich nicht gekillt. Äh, nicht mal ansatzweise sogar. Gut, 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 umso besser. Aua, das tut doch weh, armes Psyau. Ja. Okay, dann werfe ich jetzt einen Pokéball nach dir. Fang mal an. Boom. Bitte bleib drin. Sei ein braver, kleiner Hypo. Na, wäre ja auch zu schön gewesen, nicht? Und ein Tackle setzt er ein. Ich glaube, ich wäre direkt ein super Ball. Ich hab nämlich, äh... Ihr müsst wissen, ich hab was gegen Sandstürme. Die sind etwas nervig persönlich, meiner Meinung nach. Naja, zack. Bleib im Ball, oder ich werde dich verklagen an der... Oh ja, das hat ja gut geklappt. Oh Mann. Das ist echt uncool. Höre er doch mal U4, ne? Soll ich Bezirze einsetzen? Ich trau mich ja schon fast nicht. Nein, ich werfe einfach weiter, Bälle. Ich will keinen Hyperball für dich benutzen, Typ. Typ, du bleibst jetzt in dem Ball, oder ich werde es deiner Mutter erzählen. Und dann werde ich sie auch fangen. Und allen anderen, die du kennst. Deon. Deon. Okay, Drohungen funktionieren scheinbar. Ja, in der Tat. Klasse, Mann. Hypopotas wurde gefangen. Yay. Ja, eure Erfahrungspunkte. Und alle anderen. Und ich spare mir den Rest des Satzes. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. So, was kannst du denn so? Es bedeckt sich mit Sand, um sich vor Keimen zu schützen. Es mag es gar nicht, wenn es nass wird. Ja, das haben einige Boden-Pokémon so an sich. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil das ist ihre Schwäche und tut denen bestimmt gar nicht mal so gut. Man kann sich auch mit Sand waschen. Manche Tiere machen das ja auch. Die waschen sich nicht mit Wasser, sondern mit Sand. Zack. So, ähm. Bevor ich da oben lang gehe, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Will ich mich doch erstmal da an der Seite umgucken und ich glaube, gerade etwas festgestellt zu haben. Wobei, doch, müsste eigentlich funktionieren. Ach egal, ihr werdet es gleich, ihr werdet es jeden Moment erfahren. So, jo, dankeschön, liebes Rihorn. Nicht weggehen, sonst bin ich ziemlich am Arsch, weil dann komme ich da nicht mehr weg. Hi. Lust auf einen Himmelskampf? Ja, klasse. Wehe ich. Dank meines Gummianzugs können wir Elektro-Tacken nichts anhaben. Okay, das sind diese sagewobenen Himmelskämpfe, diese neue Kampfart. Da kann man nur mit Pokémon teilnehmen, die fliegen. Lidian, setzt du ein? Achso, es wird also ein Kampf Käfer gegen Käfer, ich verstehe. Ihr seht, links bei mir nur ein einziges Pokémon, weil nur Viviorn das einzige dazu in der Lage ist, wo es einen Himmelskampf ausführen kann. Rein theoretisch schwebt Grammoklis zwar auch, aber, naja. Ich finde es so interessant, sie haben manchen Pokémon auch für extra eine neue, ähm, neue, ja, Animation geben, sage ich mal. Bei manchen sieht es aber leider, muss ich sagen, nicht so toll aus, wie zum Beispiel bei Panzer Eron, weil das Ding gleitet dann auch in der Luft. Und ich bin es gewohnt, dass das Ding steht, das sieht etwas seltsam aus, deswegen, aber, naja, nicht so schlimm. Ähm, Lidian ist nicht mehr verwirrt. Ja, Mensch, wäre ja auch irgendwie cool mal, wenn ich nicht ausnahmsweise mal der wäre, der tausend Jahre verwirrt ist. Das Problem ist, da wir jetzt hier offiziell nur Viviorn im Team haben, wie man da unten links halt eben schon gesehen hat, wie ich ja bereits sagte, kriegen die anderen nach diesem Kampf gar keine Erfahrungspunkte. Das geht alles Viviorn, äh, ja, auf Viviorns Konto. Komm, verletz dich auch mal selber, bitte. Gib mir ein Debüt. Wow, ich bin ja schwer beeindruckt, was ist hier los? Ja, noch rechtzeitig den Ball zurückholen, bevor es zu Boden crasht. So, niemand kriegt was davon ab. Was, nicht der Trainer, sondern seine Pokémon bekommen die Elektro-Tacken ab? Tja, das ist jetzt vielleicht ein Schock für dich, aber in der Tat so funktionieren, Kämpfe. Ich kann natürlich auch gerne dich antakieren, aber ich habe leider keine Elektro-Tacken gerade dabei. Glück für dich, mein Freund. Der Finsterball, einer der meiner Meinung nach nützlichsten Bälle überhaupt, zusammen mit dem Flottball und dem Timerball. Generell ist es gut, dass es hier eigentlich so ziemlich nur wirklich nützliche Poké-Bälle gibt. Ja, wer die zweite Drain gespielt hat, weiß, dass es da diesen Typen gibt namens Kurt und der hat irgendwie so eine Tendenz dazu, dass er gerne nur beschissene Poké-Bälle entwirft. Hier verläuft man sich recht leicht. Ja, in der Tat. Tipps für Trainer, Fluchtseile, ermöglicht es aus Höhlen zu entkommen. Ja, Dankeschön. Und hier habe ich mich so geärgert damals, weil diese nette Dame da hinten heilt meine Pokémon. Ich werde deinen Pokémon-Typ aufpäppeln. Nicht deine Pokémon, sondern deine Pokémon. Doch, deine Pokémon. Was labere ich? Ist ja auch egal. Leuchthöhle, schon sind wir da. Was sagt unser Team? 19, 19, 19, 23, 23, 23. Das ist doch gut. Gut, wir holen immer weiter auf. Wobei die anderen gleich wieder alle ein Level erreichen. Das ist doch zum Haare raufen hier. So, zack, Dankeschön. Und ab in die Höhle. Oh, die Leuchthöhle. Ich liebe diese Höhle. Ich finde die extrem gut umgesetzt, muss ich nur mal so nebenbei sagen. So, und wir gehen am besten erst die ganzen Abzweigungen lang. Genau deswegen. So wird ein wilder Pokémon-Kampf hier eingeleitet. Mit so großen Schatten und keine randomen Encounter selbst quasi. Oh, Lunarstein, hi. Lange nicht gesehen, Lunarstein. Wie geht's dir? Ist alles cool mit dir? Wie ist es dir ergangen in der Höhenregion? Das ist nicht gut, dass du mit dieser Attacke kommst. Die macht mir nämlich eventuell gleich ein bisschen mehr Schaden als gerade. Verfolgung lieber mal. Vorsichtshalber. Nachher kill ich den noch, weil die Tortling ist ja etwas stark geworden. Das ist ja kein Geheimnis. Das habt ihr ja mittlerweile auch schon mitbekommen. Boom. Ich würde sich gerne etwas mehr schwächen, aber ich glaube, das kann ich nicht. Na, wenn das mal drin bleibt. Lunarstein ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass es unglaublich leicht zu fangen ist. Boom. Come with me, bro. Oh. Das sieht gut aus. Hi, meine Güte. Klasse, Mann. Lunarstein wurde gefangen. Gramm und Klossel. Wow. Ganz schön viele Erfahrungspunkte dafür, dass es ein wildes war. Hauptflamele 24. Danke, danke, danke. Wäre nicht nötig gewesen. So, was haben wir da noch Schönes? Wurde erst mal vor 40 Jahren bei einem Meteoritenkrater entdeckt. Sein Blick wirkt einschliffernd. In der Tat tut er das. Möchtest du deinen Spitznamen geben? Nö, möchte ich selbst reden. Natürlich nicht. So, aber ihr war leider nichts mehr. Schade. Hätte ja sein können. Nicht. Seht ihr diesen Schatten? Okay, ich bin einen Schritt zu weit nah rangegangen. Ich wollte euch nicht in den Grad mal zeigen, aber ihr habt ihn wahrscheinlich gesehen, ne? Ein Rihorn. Was möchtest du denn von uns, kleines Rihorn? Möchtest du etwa auch kämpfen? Das könnte dir aber Schmerzen zufügen. Deswegen sag ich das schon mal direkt, ne? Und er kann etwa auch keinen Angriff für dir, uns Schaden zufügen. Das würde mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen das Herzbrechen des Arbe-Pokémon. Nein, nicht wirklich. Aber wir greifen trotzdem einfach an. Tatsächlich, er kann nicht, dass er uns Schaden zufügt. Armes Rihorn. Okay, ich muss irgendwie versuchen in, ja, drei normalen Attacken. Hast du vielleicht noch eine vierte Impetto? Ich hoffe, die Thornklinge wollte sich jetzt nicht umbringen. Das wäre sonst ziemlich schlecht fürs Geschäft. Wow! Okay, da brauche ich definitiv keinen Trugschlag mehr. Da brauche ich einfach nur einen Pokéball. Wahnsinn! Ja, Geramokles, du machst deinen Job als Pokémon-Fänger wirklich gut. Muss ich dir doch mal lassen. Kling! Yay! Klasse, Mann! Rihorn wurde gefangen! Am Fizzle Reichle 24. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal den Po-EP-Teiler aus. Sonst leveln mir hier unsere Hope Flame und Amphizzle-Verschizzle total davon. Ich möchte die nämlich auch gerne mal wieder benutzen. Aufgrund seine kurzen Beine. Kann es sich nicht richtig umdrehen. Es kann immer nur in eine Richtung laufen. Das stelle ich mir für ein Wettrennen extrem ungünstig vor. Aber okay, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen, ne? Es kann nie die Richtung wechseln und dann muss es sich zur Seite gerollt werden. Man hätte sich kein besseres Pokémon aussuchen können. Dann habe ich da vorne direkt schon wieder einen Schatten gesehen. Das wäre vielleicht etwas... Nein, tatsächlich. Da seht ihr diesen riesigen Schatten und jetzt gehe ich da rein. Ah, nee, noch nicht. Ah, schon gut. Es war nur eine Klippe nach unten. Dann habe ich nichts gesorgt. Gut, aber das war wieder so ein Schatten. Und wer stellt es mir den Weg? Macholo. Lass mich raten. Oh Gott, da kann ich vielleicht Gesichter. Das wäre natürlich extrem uncool. Schwer-Tanz. Was hältst du davon? Der Energiefokus pumpt ihn auf. Jo, dann pumpt dich mal schön auf. Schwertigen Tanz mit Schwertern. Ich tanze gerne mit Schwertern. Wusstest du das, Macholo? Ich dachte, ich erkläre dir das mal. Vielleicht interessiert dich das ja ein Schlag aus meinem Leben oder so. Und ich werde einfach zu Trugschad angreifen. Okay. Gesichter hat es jetzt noch nicht eingesetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Ansonsten könnte ich gleich wieder Schmerzen haben, wenn ich es nicht fange. Aber es scheint definitiv nichts zu haben, wie man hier gerade sieht. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann fangen wir es uns mit einem Pokéball. Bitte schön. Yay. Boom. Voll in die Schür geworfen wieder mal. Zack. Und das ist unser... Nein. Verdammt. Ist entkommen. Wie konnte das passieren? Los, nochmal Pokéball. Früher oder später kriegen wir dich, Macholo. Früher oder später. Bist du unser. Oh yeah. Klasse, Mann. Macholo wurde gefangen. Yay. Glaubenkonzert. Wieder Erfahrungspunkte. Und wir kriegen einen weiteren Eintrag für Macholo. Also den ersten halt. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Die Welt der Pokémon. Nicht nur, dass diese Angabe extrem Rofelkopter-like ist, sondern auch, wie will es bitte 100 Menschen... Also wie hoch müsst ihr die werfen, dass die Menschen... Na, ihr wisst, was ich meine. 100 Stück. What the hell. Die Welt der Pokémon. Immer wieder amüsant. Dragosso. Oh, Ibuti. Dragosso ist eines der coolsten Pokémon aus der ersten Generation. Meiner Meinung nach. Meiner bescheidenen Meinung nach. Knochenkeule. Aua. Das tut weh. Oh, das tut sogar ganz schön weh. Lass das bitte. Jum. Da habe ich den voll weggeschlitzt, aber... Das ist ihm natürlich relativ egal, wie man gerade gesehen hat, denn er greift einfach mit Knochenkeule an, was sehr effektiv ist, da wir kein Schwebe haben. Nicht gut. Aber wir heilen uns einfach wieder. Dipp. Sorry. Kleines Pokémon. Bang. Coole Animation, aber übrigens von den Alltaggen. Da sehe ich gerade das erste Mal, muss ich sagen. Eine weitere Zornklinge sollte seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Wieso sein im Gedächtnis? Weil er im Grunde genommen schon weiß, dass er eigentlich unser Pokémon ist und die Ehre hat, auf unseren Boxen zu verweilen. Ich werde jetzt einfach einen Ball werfen. Du hast sogar die Ehre, einen Superball abzukriegen. Kleines Dragosso. Boom. Ding, ding, ding. Ja. Du. Bist. Nicht im Ball geblieben. Okay, ich verstehe schon. Du bist etwas, äh... Ich hab ja gar keine. Ich denke mal, dass ich Luxusbälle habe, aber die hab ich mir nicht abgeholt in Illumina City. Das muss ich machen, sobald wir das nächste Mal dahin kommen. Denn ja, keine Sorge, wir kommen noch oft genug nach Illumina City. Ding, ding. Achso, und bitte hört auf, mir zu schreiben, dass es einen Speicherbacke in Illumina City gibt. Das wusste ich schon längst. Und es bringt nichts, wenn ihr es alle 150 Mal schreibt unter jedes Video. Ich weiß, ihr meint es ja nur nett, aber ich weiß es bereits. Also, ne? Und für die, die es nicht wissen, es kann passieren, dass der Spielstein crasht, wenn man außerhalb von Illumina City speichert. Deswegen bitte immer in Häusern speichern oder nicht in der Stadt selbst. Und jetzt bitte, hört auf, mich darauf hinzuweisen. Ist nur nett gemeint. Bitte, bitte. Es trägt immer den Schädel seiner verstorbene Mutter. Darum weiß niemand, wie sein Gesicht aussieht. Jaja. Dragosso, das, äh... Konflikt-Pokémon. Weil wie kann es immer den Schädel seiner Mutter tragen? Ich meine, so rein von der Logik her, ist es etwas Unreelles. Ich glaube, aber es ist egal. Es ist trotzdem eine traurige Geschichte, die mit Dragosso mitspielt. Ob nun realistisch oder nicht, ist egal. Und ich finde es übrigens schön, dass alle unsere Pokémon gerade bis auf Pseo da unten faulenzen und einfach nur den Sandsack anstarren. In der Hoffnung, vielleicht passiert ja was. Du, 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 du. So, ihr habt euch ja zuerst diese Höhle beim ersten Mal für extrem verwirrend gehalten. Wie die ganzen Abzweigungen. Aber es ist eigentlich relativ gut, sich hier zurechtzufinden. Einfach immer geradeaus gehen. Und, ja, dann ist man schon da. Wenn man die Abzweigungen nimmt, sie führen Enden immer in einer Sackgasse mit manchmal so einem Item, wie man eben gesehen hat. So, das müsste die letzte sein. Oh, yeah. Ich nehme mal stark an, dass Grammoklis das nicht lernen kann, weil es keine Clown hat. Aber es wäre schon extrem geil, wenn er es könnte. Komm. Du kannst es doch bestimmt, ne? Oh, er kann es. Geil. Oh, das ist perfekt. Ah, schöne Step-Attacke. Sehr, sehr schön. Hm. Die Verfolgung. Ja. Eins, zwei und schwupp. Grammoklis hat es vergessen. So, Lutexo. Gucken wir mal, ob du das vielleicht auch lernen kannst. Unser lieber Hope Flame. Schauen wir doch mal nach. Irgendwas, was du nicht mehr brauchst. Definitiv. Nämlich den Kratzer brauchst du nicht mehr. Schwupp. Ha, schön, schön, schön. So muss das laufen. Gut, dann werde ich jetzt erstmal direkt wieder die Attacken umsortieren. Ihr kennt das ja mittlerweile, das Prozedere. Ist ja nicht so, als wäre das irgendetwas Neues für irgendjemand von euch, außer jemand, der gerade es eingeschaltet hat. Hallo. Für den, der gerade es eingeschaltet hat. Ich sortiere meine Attacken immer. Ja. Nach Step und nach Stärke danach halt entsprechend. Moment mal. Ich dachte gerade schon, das sieht ein bisschen aus wie eine Nase mit Zähnen. Dieser Felsen da direkt vor uns. Hm. Interessant. Vielleicht soll er auch das darstellen. Und das sieht aus wie eine noch größere Nase mit Zähnen. Mhm. Für mich sind alles, äh, ich spreche nur in Nasen und Zähnen quasi. What? So ähnlich. Dürr. Wir sind angekommen. Auf der anderen Seite. Nein, nicht des Lebens, sondern der Höhle. Schön. Guck mal, ich habe sogar Steine kaputt machen können. Oh, stimmt ja. Nanu? Hoppla. Was bist du für ein hässlicher Vogel, Mann? Aber, aber. Wen haben wir denn da? Einen neugierigen Trainer, der hier bei uns einfach so herumschlüffelt. Habe ich recht? Jetzt hör mal zu. Wir vom modischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten noch Schrecken. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Uns ist völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde. Du weißt doch sicher, dass man nicht mit dem Feuer spielen sollte, oder? Ja. Das weiß ich, aber ich spiele trotzdem mit dem Feuer. Warte mal, wenn ich jetzt Ja drücke, ist das dann eine Bejahung für ihn oder kämpfe ich da mit ihm? Aber falls jetzt der Kampf losgeht, achtet mal auf die Kampfmusik, die ist nämlich extrem geil. Dann hohr ab. Obwohl es auch egal ist, bald existiert sowieso nur noch Team Flair. Nein, ich wollte nicht gehen. Derp. Und wieder mal das gleiche Problem. Werde keine Musik hört, dann benutzt bitte Kopfhörer. Äh, verschwinden sie endlich von hier? Nö. Hier, äh. Mir hier an meinen Feilen zwirn schmutzig zu machen, ist zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon aus dem Weg. Los, ô Nusser, lass die Fetzen fliegen. Yay, zeig uns deine coole Mucke, Mann. Herausforderung von Team Flair. Rüpel. Ich find die Musik extrem cool. Muss ich mal sagen. Okay, ähm. Leider bin ich hier gerade etwas im Nachteil gegen Hundenduster. Wie wäre es denn? Die sind alle ziemlich im Nachteil, sehe ich gerade. Ähm. Hm. Dann muss ich wohl zu einem Fizzle greifen. Super. Da will ich ihn eigentlich nicht rausnehmen, damit er nicht überlevelt. Und jetzt muss ich ihn zwangsläufig einsetzen, weil ich mit meinen anderen Pokémon, die ich trainieren will, keine Chance habe. Okay, Verschizzle. Ist ja schön, das werde ich auch nochmal wieder sehen. Dann hau mal rein mit deiner Aquavelle. Boom. Sehr coole Animation, wie ich finde. Tschüss und Lust da. War schon nett mit dir. Ja, brum. Am Wissens erreicht Level 25. Nein, tut er nicht. Erhält 250 Erfahrungsmuster. Das wollte ich sagen. Und Grammokos. Ja, super. Und da kommt direkt der Schattelstoß. Die hätte ich auch gerne, die Attacke. Sehr gute Attacke. Dann scheiß auf den Trugschlag. Brauche ich nicht mehr. Hoffe ich jedenfalls. Grammokos erlernt den Schattenstoß. Nice one. Okay, Zubat. Damit werden wir aber wieder fertig. Um genau zu sein. Unser kleines Kätzchen Psyau wird damit fertig. Los, Psyau. Hau rein, Mann. Miau. Und Zubat wird von einem Rüpel eingesetzt. Das kann er gerne mal tun. Psy-Schal. Boom. Jupp, japp, japp. Leg dich nicht mit kleinen Psy-Aus an, Mann. Du hältst ganz viele Erfahrungspunkte. Ach, Mann. Ihr seht echt komisch aus, Leute. Ich habe verloren. Und werde mich nicht gepflegt verkrümeln. Nichts für ungut. Oder werde mich gepflegt verkrümeln, was man mir gerade gesagt hat. Irgendwie sowas. Sieh eine an. Dafür, dass du noch grün in den Ohrchen bist, gibst du einen tollen Trainer ab. Aber freu dich bloß nicht zu früh. Schließlich bin ich ja nicht das Einzige mitgefunden, Team Flair. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? So, lieber Grammokles, du kriegst wieder mal deinen Schattenstoß nach oben. Ist ja ein Step und so, ne? Bim, 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 bim. Gut, und den machen wir kaputt. Los, Mihikel. Schlag drauf, was das Zeug hält. Bam. Gib mir irgendwas Cooles. Einen Albert. Wow, nice. Guck mal, wenn wir direkt einen Aerodactyl äh, freilassen quasi. Gib mir da irgendwas anderes. Irgendwelche coolen Items. Oder nervige Pokémon, die ich nicht haben möchte, weil wir sie schon haben. Oder einfach gar nichts. Das geht natürlich auch. Derp. Hallo, junge Dame. Team Flair tut, was es will. Wer nicht für uns, ist es gegen uns und bekommt eine Abreibung. Das, meine Dame, ist eine äußerst verquere, Sichtweise die Dinge zu betrachten. Aber ich weiß, das interessiert euch wahrscheinlich, äh, herzlich wenig. Deswegen, ja. Ignoriert es einfach mal und setze mit meinem lieben, lieben Grammokles die Dunkelklauen-Attacke ein. Derp, derp, derp. Don't do this. Boom. Boom. Wow, schön. So muss das laufen. Tö, was ist los? Amnesie? Hä? Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Weiß ich auch nicht. Aber du kriegst auf jeden Fall noch eine Dunkelklaue ab. Yes. Und wir pennen jetzt leider. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall auswechseln, egal was jetzt passiert. Uh, wie auch immer das Schwert einschlafen kann. Ich finde es sowieso interessant, dass das Schwert hier ein Geschlecht hat. Aber, äh, ein anderes Pokémon, was wir später treffen, hat keins. Was war das? Frizzleblitz, ne? Mehickel! Das ist dein Job für dich. Aber naja. Genau genommen ist das Schwert hier auch nur besessen und der Geist, der da drin steckt, ist das Pokémon. Insofern. Na ja. Hi, Frizzlebizzle. Gut. Du kriegst einen Rasierblatt ab. Bidim, bim, bim. Beziehungsweise ein Rasierblatt, nicht einen Rasierblatt. Das ist irgendwie ein bisschen falsch. Zack. Uh, das macht gut Schaden. Mehickel, das wird, glaube ich, später einer unserer besten Offensivangreifer, sag ich mal, ne? Den Offensivangreifer. Jo, man kann auch doppelt moppeln. Zack. Frizzleblitz wurde besiegt. Yay. Level 20. Mehickel reicht Level 20. Yo, hab ich schon gesagt, dass Level 20 reicht. Synthese. Nö. Nö, nö, nö. Das brauche ich nicht. Wenn ich heile, dann sowieso lieber mit Tränken. Dadididam. Das war aber nicht nett von dir. Ich bin völlig außer mir. Yes, sie ist völlig außer sich. So sieht es immer aus, diese Gewinnerpose von ihm. Irgendwie so. Yay, ich habe ein Leben zerstört. Geil. Macht mir am meisten Spaß. Also, bei Team Flayer ist es jetzt nicht so schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Sowieso, dieser Trainer ist voll böse. Der bringt doch gerne Kinderträume zum Platzen. Dembididam. Granitsteune. Wie wir in einem der ersten Parts erfahren haben. So, Psyow, du darfst mal nach vorne. Du darfst jetzt hier quasi die nächsten Trainer niederknüppeln, wie auch immer das sein wird. Ich bin überrascht, dass wir bisher so einem Stein noch kein wildes Pokémon getroffen haben. Normalerweise springen die mich an in Horden dann. Ne, wir haben scheinbar hier keine Lust. Ach, hi, na. Upsi. Wir vom modischen Team Flayer sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Da sucht man nach einem Fossil, und was findet man? Ein Kind. Chris. Das sind zwei Mitglieder von diesem Team Flayer. Und bleibt nicht anders übrig, als ebenfalls gegen dieses Team zu kämpfen. Okay. Vorhin habe ich gegen einen anderen Schergen von Team Flayer gekämpft. Wenn es euch nur darum geht, die Mitglieder von Team Flayer wunschlos glücklich zu machen, warum tut ihr es da nicht einfach? Wenn ihr allerdings droht, uns auszulöschen zu wollen, dann können wir das nicht hinnehmen. Ach, keine Sorge, Serena. Als ob die eine Chance hätten. Dum, 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 dum. Ihre einzige Daseinsberechtigung ist quasi ihre coole Kampfmusik, wenn man mal so will. Okay, hätten wir jetzt Feenattacken, wäre das ziemlich nice. Aber haben wir, wie es aussieht, leider nicht. Hm. Ach, wie süß. Psi-Au-Duo. Serena, meine Dame, du hast Geschmack. Ha, du schützt uns sogar noch mal in dem Lichtschritt. Warum bist du schneller als ich, verdammt. I don't like this. Boom. Aber das mag ich umso mehr. So, Egli-Bunkel ist schon mal Geschichte. Ha, Doppel-Psi-Au-Power. So möchte ich das sehen. Aua. Hey, dein Psi-Au-Duo hat angreif... Nein, lass Psi-Au-Duo. Du, 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 du. Ähm, wie wär's mit einem Bezirzer? Das ist das einzige, womit ich dir jetzt Schaden machen kann, du Unlicht-Pokémon. Wow. Ich hoffe, ich mach ein bisschen mehr Schaden. Naja, nimmt nicht so viel. Aber von einem, äh, Psi-Au würde ich mich auch bezürzen lassen. Au! Wow! Au! Wow, das war ein Volltreffer. Okay, uncool. Dann lieber doch zu Mehickel wechseln. Ist vielleicht angenehmer für uns und für alle. Los, Mehickel! Bezerzer, putzig. Wie es auf einen zuläuft dabei. Nein! Nein! Neh, wrong, wrong. Armes Psi-Au, armes Schluckauf-Pokémon. Hochmut, oh oh. Das ist nicht gut, aber wir werden es einfach vorher noch besiegen. Oha, sie hat schon ein Absol. Das ist, äh, nicht schlecht, junge Dame. Hätten wir auch schon fangen können, fällt mir gerade auf. Boom. Da auf der Route, wo es Kindwurm gab, gibt's die, glaube ich, auch, die Absol. Zack, oh yeah, voll weggeschlitzt. Oh, und er fällt zu Boden. Ganz viele Erfahrungspunkte für Psi-Au und für Mehickel. Und dadurch erreicht Psi-Au ein Level. Schön. Hurra, ein Hoch auf Team Flair. Oh, Moment mal, ich hab ja verloren. Och nö, ich könnte heulen. Und beide freuen sich. Dann heut mal schön. Ja, meine maßgestellte modische Uniform von Team Flair ist schmutzig geworden. Ein fossiles, ein Pokémon zurückverwandeln, kann sich finanziell durchaus lohnen. Ähm, heilst du meine Pokémon? Hm. Naja. Verluste gibt es nun mal immer. Den Stein machen wir noch kaputt, oder? Nee, das machen wir im nächsten Part. Vielleicht ist da irgendwas total Episches drin. Okay, Leute, ich würde sagen, das war Pokémon Y für heute im nächsten Part. Werden wir das Fossil entdecken und den Professor zurückbringen. Ho, bis dahin. Ciao.